Wenn Sie WordPress benutzen, sind Sie gefährdet. Gefährdet durch Hacker, häufige Sicherheitsmängel, ungesicherte Webhosts, schlechte Plugins, Serverabstürze und Benutzerfehler. Wenn Ihre Webseite abstürzt, verlieren Sie Zeit, Geld und Ihren guten Ruf. Deshalb brauchen Sie ein zuverlässiges Backup. Updraft Plus ist das wohl beste und beliebteste Backup-Plugin und wird weltweit bei mehr Webseiten verwendet als andere Systeme. Es bietet eine einfache, intuitive Möglichkeit, um Ihre WordPress-Webseite und deren Dateien und Datenbanken zu speichern und wiederherzustellen, um automatische Backups festzulegen, um Backups an externen Speicherorten zu sichern wie Dropbox, S3 oder Google Drive und mit nur wenigen Klicken wiederherzustellen. Mit Updraft Plus Premium können Sie unbegrenzt externe Dateien und Datenbanken an der Speicherorten sichern oder in unserem übergangslos integrierten Updraft Plus-Tresor. Wir bieten Datenbankverschlüsselung und gesicherten Zugang zu den Einstellungen. Erforderlich, wenn Sie Ihre Datenbank schützen müssen. Kopieren oder verschieben Sie Ihre Webseite zu einer neuen Domain. Stellen Sie alte Backups anderer Plugins wieder her. Und all dies über mehrere Seiten und Netzwerke hinweg. Mit Updraft Plus Premium hilft Ihnen bei Problemen ein schnelles und freundliches Experten-Team. WordPress ist unsicher. Installieren Sie also Updraft Plus, um sicherzustellen, dass Ihre WordPress-Seite immer geschützt ist.